Hallo ihr fantastische Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retropana quält sich, ja es ist wieder Zeit und es ist ein Gameboy Titel wieder mal dran und zwar heute mal wieder ein Zuschauerwunsch und zwar von Spiele von gestern, Grüße an dich an dieser Stelle und der hat sich Indiana Jones für das Gameboy gewünscht. Und ja, ihr hört es auch schon an der Musik, Indiana Jones ist natürlich eine wunderbare Fernsehserie, nämlich Serie, eine Filmserie, so, Mensch, Panda. Und ja, wobei der vierte Teil natürlich eher so, naja, ich habe persönlich ihn nicht gesehen, aber ich bin mit der ersten Trilogie eigentlich sehr zufrieden, wobei ich den ersten Teil glaube ich wirklich am besten fand und den dritten, der zweite war so, naja, schwach, aber ist natürlich alles Geschmackssache. Ja, auf jeden Fall wurde es auch als Gameboy Titel verwurstet, was gar nicht so intuitiv eigentlich ist, weil das kam jetzt irgendwann Mitte der 90er raus und da war der Film ja schon ein Jahrzehnt ungefähr Pi mal Daumen alt. Ich habe jetzt das Erscheinungsdatum leider nicht ganz genau im Kopf, aber Gameboy Spiel, Ubisoft, gucken wir mal, was es kann oder was es nicht kann. Auf jeden Fall jetzt vielen Dank an Spiele von gestern, wie gesagt, für diesen Wunsch. Wenn ihr auch einen Wunsch habt, egal ob 8 oder 16 Bit, einfach in die Kommentare rein. Ich habe eine Liste, wo ich mir alles nochmal notiere und das versuche ich dann nach und nach abzuarbeiten. Aber, ich würde sagen, ihr hört schon die ganze Zeit die Chiptune-Version des berühmten Indiana Jones Singles oder Jingles, wie man es auch bezeichnen will. Wir gucken mal in das Spiel rein, wie es sich spielt. Oh, ach ja, da haben sie den Harrison Ford ja ganz gut eigentlich eingefangen, würde ich sagen, oder? Exploring the Caves. Okay, gucken wir mal. Oh. Okay, es ist eine Höhle. Okay, wir können springen, wir können schlagen, okay. Ich versuche jetzt mal immer zuerst alle Tasten zu drücken mit Select. Hört ihr, da kommt ein Geräusch. Ich schätze mal, wenn man weitere Waffen aufgesammelt hat. Ah, und ich kann das hier immer so hell machen, okay. Der Grafikstil ist natürlich, boah, muss man mögen. Ich persönlich bin jetzt kein großer... Oh, das ist ein fies Ding. Boah! Ah, da, 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 da wirft aber hier unfair. Äh, gut, Indiana Jones scheint nicht so das Schnellste zu sein. Zack, kann mehr. Okay. Der Kampf ist sehr einfach. Das auf jeden Fall. Mal gucken. Ja, also, hm. Und irgendwie geht mir jetzt schon die Musik auf den Sack. Die ist zwar cool, aber... Okay. Also, ich muss hier die Höhle... Also, es ist jetzt bisher zumindest keine Vollkatastrophe. Okay. Der hat eine Pistole, das ist natürlich gemein. Okay. Ähm, also, dieser Grafikstil, das haben ja manche Gameboy-Spieler auch, dass das quasi das Breite mit so einer Umrandung vom Hintergrund abgesetzt wäre, weil irgendwie muss er das natürlich grafisch machen. Das ist ja geil. Er läuft voll langsam, aber wenn ich springe... Das heißt, ich muss mich hier quasi, wenn ich mich schnell bewegen will, springend vorwärts bewegen. Und das Kampfsystem ist scheiße. Das merke ich jetzt schon. Weil man kann halt nicht so ducken und sowas, sag ich mal. Ja, aber... Nein, nein, nein! Oh! Okay, ich dachte, wenn man im Wasser fällt, dann ist man kaputt. Okay, das ist praktischerweise eine Fackel. Aber seht ihr das? Die laufen ja einfach so weiter und treffen euch dann. Und das, finde ich, ist keine gute Entscheidung. Weil man kann ja nur stehen bleiben. Es ist ja jetzt kein schnelles Action-Spiel, wo man jetzt schnell hin und her tänzeln kann. Aha. Also, boah, die Musik. Okay, am Saal kann ich nicht zur Seite schlagen. Leider. Okay. Das ist immer schade, aber würde ich jetzt keinen großen Kritikpunkt. Ich meine, also grafisch, wie gesagt, vom Stil her, okay. Aber man kann so ungefähr erkennen, was das darstellen soll. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Gut, es ist natürlich eine Höhle zu erkunden. Das ist jetzt nicht... Sieht alles sehr eintönig aus, aber naja, es ist halt eine Höhle. Also, ich weiß nicht. Also, so richtig scheiße ist es nicht. Die Steuerung geht eigentlich in Ordnung. Und gut, wie gesagt, Indiana Jones, der bewegt sich natürlich so etwas langsam voran. Ne, das ist ein Herz. Aber geht eigentlich. Nur das Kampfsystem, das ist irgendwie uncool. Vielleicht wird es besser, wenn man... Ich schätze mal, da wird man ja auch eine Peitsche finden können oder ähnliches. Hoffe ich zumindest, weil Indiana Jones ohne Peitsche geht ja mal gar nicht. Okay, da verletze ich mich. Warum auch immer. Okay, jetzt wird es dunkel. Kacke. Aber ist auch geil. Es ist dunkel, aber man erkennt ja trotzdem quasi alles. Das ist irgendwie jetzt so ein bisschen blöd, dass es so ein ungefähres Ziel ist. Erforsche die Höhle. Aber nichts konkret, ne. Wieso verletze ich mich denn? Okay, das sind ja so Stalagnitenstacheln, ne. Oder ist das andere? Da gab es auch so zwei, ne. Einen zwecks von oben nach unten, das andere von unten nach oben. Und fallen tut er sehr komisch. Also anscheinend scheint in der Höhle eine andere Gravitationskraft zu herrschen als in real. Hm. Boah, die Musik. Ich meine, es ist ja echt geil, dass sie die Originalmelodie da eingebaut haben, ne. Geschenkt. Ist super, Leute. Habt auch vernünftig umgesetzt. Aber das ständig als Hintergrundmusik. Leute. Leute, 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 Leute. Das ist Zeit. Zack, zack. Und hier auch die Reichweite, ne. Warum haben die Gegner eigentlich eine höhere Reichweite als man selber? Weil von der Körpergröße her scheinen ja Pi mal Daumen gleich zu sein. Also seht ihr das? Ich haue. Eigentlich müsste ich hauen. Zurück. Hauen. Zurück. Hauen. Zurück. Hauen. Und zurück. Hm. Na. Also ich versuche ja wirklich immer, der Robert, der hat das ja auch geschrieben. Ich habe den Namen richtig im Kopf. Dass das sehr sympathisch findet, dass ich immer noch was Positives in dem Spielen auch quasi finde. Das stimmt natürlich. Aber das ist reiner Selbstschutz, glaube ich. Also wie gesagt, also ich würde jetzt das Spiel jetzt, keine Ahnung, das ist halt, ist halt so, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Also richtig scheiße ist es nicht, aber es ist auch kein Spiel, was ich jetzt unbedingt nochmal spielen wollen würde. Kennt ihr das? Das ist so, so unterer Durchschnitt, so ungefähr. Also ne, keine Ahnung, auf einer Zehnerwertung ist das vielleicht hier eine 4. Also keine Komplettkatastrophe, dass es irgendwie eine 2 ist oder sogar eine 1. Sondern so, also gefühlt eine 4. Also natürlich jetzt anhand des ersten Levels hier und so weiter, wie sich das ganze Spiel anfühlt. Also, ja, ich weiß nicht. Habt ihr doch bestimmt immer so Spiele, wo man nach dem ersten Level, den man gespielt hat, schon weiß, uh, Bruder, das wird nichts. Und hier habe ich auch da irgendwie das Gefühl. Ah, das ist ein Kreuz. Wieso kann der denn nicht hochspringen? Muss das Kreuz einsammeln? Warum kann er denn... Oh, halt dich doch an dem Seil fest, Junge. Hier hängt ein Seil. Andere Seite. Da! Seil! Ich weiß, mit Kameraspiegel verkehrt irgendwo hinzeigen, kann ich voll. Vollprofi. Genauso wie das Spacko hier. Entschuldigung. Soll man nicht sagen, aber ich bin es gerade so. Warum hängt denn hier ein Seil? Woran soll ich denn erkennen, dass dieses Seil nur Dekoration ist? Ich muss ja irgendwie an dieses blöde Kreuz da ran. Wahrscheinlich muss ich mich denn da von oben irgendwie abseilen. Das heißt, es gibt da natürlich auch keine Karte. Ich muss jetzt versuchen, irgendwie da nach hoch zu kommen. Um mich denn dahin ab zu sein. Gut. Dann gucken wir mal, so, ne, orientierungsmäßig müsste es hier lang gehen. Hier hoch, kann ich nicht. Ich kann mich nicht ducken, also komme ich hier durch die... Also, ich kann mich... Nicht ducken kann ich, aber ich kann nicht kriechen, ne. Deswegen komme ich da auch nicht durch. Voll geil. Out of time. Und dann geht es anscheinend sogar noch auf Zeit. Deswegen haben wir wahrscheinlich immer diese... Sniffigen Sanduhren eingesammelt. Ich gucke nochmal kurz rein. Weil irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie gesagt, es ist... Boah, dass man sich auch so original am Seil quasi automatisch festhält, dass man auf jeden Fall irgendwie Schaden rein kriegt, ne. Danke, liebe Entwickler. Danke. Gleich so, zack. Erster Seil. Kannst du übrigens ran. Bäm. Schaden rein. Wenn du gleich lernst, vertrau uns nicht. Oh, diese... Scheiße, also... Diese Indiana Jones Melodie, ich mag die, ja. Die ist so abenteuerlastig und schön, aber... So als gefühlt 10 Sekunden Loop im Chip-Tune. Ich mag Chip-Tune. Ich mag den Soundchip von Game Boy. Mag ich sehr. Alter! So. Entschuldigt. Entschuldigt. Ich werde gerade etwas aggressiv. Weil mich kackt das Spiel gerade doch mehr an, als ich gedacht habe. Na, komm mal her! Hm. Hm. Weil irgendwie... Es steht ja auch da am Anfang nur Exploring the Caves. Da stand ja nicht irgendwie von wegen... Finde das goldene Kreuz von... Ushuda oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Das war jetzt so der einzige mystische Wort, was mir jetzt sofort im Kopf geblieben ist. Ushuda. Ushuda? Ushuda. Ushuda! Keine Ahnung. Nimmt mich nicht für voll. Zack. Zack. Also, zusammengefasst, ich werde auch gleich nicht mehr lange spielen. Steuerung ist okay. Kampfsystem ist aber. Hm. Wie gesagt, später, wenn es Waffen gibt, ich schätze mal, man wird da seine Peitsche bekommen, Personen und so weiter. Da würde es wahrscheinlich besser gehen, wenn man so ein bisschen mehr Reichweite hat. Levelaufbau, okay, ja, es soll hier sein, erkunde die Mine, tralala, ja schön. Aber es ist halt nicht spannend. Man kann das ja auch so was spannend machen. Und... Und diese Musik. Klar? Daumen hoch für den... Für die Idee, die... Die Erkennungsmelodie. Hier war doch das Kreuz. Sag bloß, das wird ja dann auch zufällig verteilt. Das machen ja manche Spiele. Hm. 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 Zack. Oh, hier, ne? Wie soll man da vernünftig kämpfen? Die laufen ja einfach denn weiter. Einfach so, ja, der hat mir gerade einer auf die Fresse gegeben. Ich lauf mal voran. Würde ich jetzt nicht machen. Nee. Hätte ich keinen Bock drauf. Hm. Jetzt ist das Kreuz da doch oben. Hä? Gerade war es nicht da. Und dieses blöde Sein, das kackt mich jetzt gerade so an. Hm. Oh ja, diese Musik, diese Musik. Die, 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 die. Ich hoffe, ihr, äh, äh, vielleicht habt ihr ja ein Ohrwurm jetzt für den Rest des Tages. Ich hoffe, ich wünsche es euch nicht. Hey, komm mal, ach komm, hier. Nee. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Das ist... Trotzdem, danke, Spiele von gestern, für diesen Wunsch. Zusammengefasst, ist es nicht komplett kacke. Steuerung ist okay. Kampfsystem, hm. Wie gesagt, das könnte besser werden. Levelaufbau ist, ne. Kann man sich reinfuchsen. Aber ganz ehrlich, das ist so ein Spiel. Meins ist es nicht. Wenn ihr Fan seid, okay. Keine Volk-Katastrophe, aber Indie hat auf jeden Fall Besseres verdient. Trotzdem, danke, dass ihr reingeschaut habt, ihr Lieben. Wie gesagt, wenn ihr einen Wunsch habt, einfach in die Kommentare rein. Und ansonsten, sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.